Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge auf Stur. Ja, Disziplin, stundenlanges Stehen bei Wind und Wetter. Nix für mich. Nix mit hipster Frisur und auch nix mit hipster Bart. Auch nicht. Aber das genau sind die Anforderungen vom Wachbataillon. Synchrone Bewegungen, langes, kontrolliertes Stehen und das oft stundenlang. Die Soldaten des Wachbataillons üben bis zur Perfektion. Immer und immer wieder. Sie repräsentieren Deutschland und die Bundeswehr im In- und Ausland. Und sie sichern den Regierungssitz der Bundesregierung sowie das Verteidigungsministerium. Und bei uns heute dafür ist Max Klemm. Er hat keinen Hipster Bart. Und er ist aber Protokollsordat beim Wachbataillon. Wurde uns heute mal erzählen, worum es dort eigentlich geht. Hallo Max. Hallo. Sag mal, ihr müsst bei Wind und Wetter draußen stehen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also höchstens können die Musiker sagen, nein, fällt aus, wenn es zu kalt wird, dass sie Instrumente irgendwie einfrieren. Dass sie nicht mehr spielen können. Aber sonst stehen wir als Wachbataillon, als E-Informationen immer da. Da könnt ihr die dann schön vorschieben, dafür, dass ihr nicht draußen sein wollt. Ja, naja. Ja, der protokollarische Dienst, das ist ja das, was ihr macht. Ihr seid Protokollsordaten. Was ist das genau? Wir haben Ablaufplan für jeden Einsatz. Wann wir welchen Griff machen, wann wir welche Blickwendung machen. Das ist genau vorgeschrieben. Ja, und deswegen halt auch nach Protokoll. Protokollarischer Ehrendienst. Und wie lange braucht ihr, bis ihr das alles, wie es aussieht, synchron abläuft? Wie lange braucht man dafür? Also wir brauchen dazu 40 Diensttage. Und dann hat man halt den ganzen Infanteriegriff gelernt. Und dann geht's gleich los. Ich hatte 40 Tage Ausbildung und dann hieß es nächsten Tag direkt, du stehst jetzt im Einsatz im Bundeskanzleramt. Oh Gott. Wahnsinn. Ist jetzt schon mal was passiert, was irgendwie peinlich ist? Also nein, eigentlich nicht. Also grob macht man da keine Fehler, man ist hochkonzentriert und dann passt das. Mich würde mal interessieren, also wie bist du dazu gekommen zum Wachpartei? Und ich meine, so drei Stunden teilweise an einer Stelle zu stehen und keine Mine zu verziehen, da muss man... Aber du musst nicht alles auf andere schließen von dir aus. Dein Ding wär's nicht. Aber mich interessiert das schon mal. Also was motiviert dich da dran, dort vorne zu stehen und den Job zu machen, den du machst? Also vorab, ich wollte eigentlich zu der Jäger-Truppe vorher. Wurde dann in Berlin eingeplant. Berlin, attraktiver Standort, keine Frage. Hab ich sofort ja gesagt. Wir sind ja auch eine Jäger-Truppe. Vorher sehr skeptisch rangegangen. Aber nach der Ausbildung und wenn man dann die ganzen Einsätze und die Politiker so nah sieht wie kein anderer, ist das schon eine große Ehre. Und das motiviert mich halt immer wieder aufs Neue. Und man kann immer wieder sagen, man hat Politiker gesehen, die hat noch keiner gesehen. Oder man war an Orten, wo man kein anderer hin durfte. Wie viele Einsätze habt ihr denn ungefähr im Jahr? Im Jahr sind das so Pi mal Daumen 600. Also mit den kleinen Einsätzen, nicht nur die großen Ehrenformationen, sondern auch Kranzniederlegungen, Ehrenposten und Spaliere zählen auch noch dazu. Und dann seid ihr in der ganzen Republik unterwegs? Genau. Das ist schon echt ganz schön viel. Und wenn ihr mal nicht auf dem Platz steht und am Üben seid oder am Repräsentieren, was macht ihr eigentlich? Wenn wir nicht in der protokollarischen Bereitschaft sind, das sind so mal zwei Wochen sind das, dann machen wir durchgängig grün. Also sind draußen, Orts- und Häuserkampf hauptsächlich jetzt und nehmen dann halt unseren Zweitauftrag wahr. Sicherung, Absicherung des Regierungsviertels, beziehungsweise wo wir ja dann daraufhin ausgebildet werden. Ja, wir sehen jetzt hier schon, das sind alles deine Anzüge. Du hast, trotz dessen, dass du eigentlich ein Heeressoldat bist, auch die Luftwaffen- und Marineuniformen. Genau, ich habe alle drei Teilstreitkräfte. Ähm, wonach wird denn entschieden? Sagt der Chef morgens, ach, das Wetter ist heute schön, steife Brise, heute muss man die Marine getragen. Also, äh, nee, also das entscheidet sich entweder nach Einsatzform oder nach Nation. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Kompanie-Einsatz haben, tragen wir meistens unseren Kompanieanzug, also Herr. Und als Beispiel, wenn jetzt die Queen kommen würde, ja, ist eine Marine-Streitkraft, dieses Land, England, ähm, da würden wir halt Marine tragen. Ja, und wenn die Ehrengäste dann, ähm, an euch vorbeigehen, ähm, reizt es dann nicht auch mal irgendwie so zu schmulen und so, die Queen, was macht sie denn da? Also, der Blick ist in der Regel immer frei geradeaus. Man kann gucken, wenn die Blickwendung erfolgt, also, dann wird Augen rechts, äh, kommandiert und dann guckt man halt auf den Gast. Oder beim Abschreiten der Front, guckt man dann dem Gast hinterher und dann, wenn der Kompanie-Chef auf Höhe von einem ist, guckt man wieder geradeaus. Also, da hat man doch schon die Möglichkeit, mal ganz kurz den Gast anzugucken. Okay, ihr seht ja also auch, ja. Gibt's auch mal irgendwie, dass jemand, ähm, zu euch kommt und, äh, irgendwie, hallo? Ja, das geht auch. Äh, nicht hallo, aber wenn man jetzt zum Beispiel Geburtstag hat, wenn jetzt ein Einsatztag ansteht, ähm, dann kommt auch mal gelegentlich, ähm, die Bundeskanzlerin raus oder Bundespräsident und gratuliert einem persönlich. Oh, cool. Ach, schön. Aber zu der Uniform gehört natürlich auch die Waffe, die ihr noch mit habt. Genau. Die ist ja echt nur ein bisschen geschichtsträchtig und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Kannst du uns was dazu erzählen? Das ist unsere Karabiner, äh, K98K. Äh, 98 für Baujahr, 1898. Aber die ist jetzt nicht mehr schießfähig? Ne, die ist nicht schussfähig. Aber ihr habt dann aber auch noch Waffen für die Salutschüsse, die extra... Genau, für unser Drillteam, die haben Salutschüsse, ähm, mit eingebaut und da werden halt die Schussfägen noch mitverwendet. Ja, was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich bei 35 Grad, ähm, in der Sonne irgendwie mal einer von euch abklappt? Also es kann ja wirklich mal passieren, dass einer umkippt? Uns wird vorher beigebracht, wie wir uns verhalten haben, wenn wir merken, uns wird schummrig, ähm, dann sollen wir die linke Hand dann halt hinter den Rücken nehmen und dann werden wir durchgereicht. Und der letzte Mann, also geht dann nach vorne. Ja. Ähm, es kann mal passieren, dass einer dann wegkippt und das nicht rechtzeitig merkt. Natürlich, dann wird der halt außer Formation genommen. Sanitäter stehen immer hinter und der holt ihn dann weg. Also das ist eigentlich alles abgesichert. Ich hab auch von vielen Soldaten schon gehört, die gerade diese Fackel hier, ich kann das hier nochmal, halten müssen. Ihr haltet die ja so, ne? Also erstmal, genau, das Griffstück muss erstmal raus, genau und dann halten wir die so in der Hand. Und das dann stundenlang und? Ja, also kann schon mal eine Stunde werden. Dann stehen noch meistens welche dabei, die uns bewerten. Die gucken sich dann halt den Griff an, die Formationen an und dann kriegen wir halt eine Note darauf. Ihr kriegt nach jedem Einsatz eine Note? Ja, wir werden nach jedem Einsatz eine Note. Ist das in der Notendurchschnitt? Einzelne kann man ja nicht bewerten, man bewertet ja nach Formation. Achso, okay. Der ist natürlich bei 1,0. Ja, das ist super. Ja, Max, dann vielen lieben Dank, dass du bei uns hier auf Stube warst. Ja, gerne. Ich glaube, die Waffe behalte ich diesmal als Gastgeschenk. Ne, die kannst du leider nicht mitnehmen, aber ich hab was anderes für euch. Und zwar... Ach, Schuhe. Ein Frauengeschenk. Ja, das sind Protokollstiefel. Oh, krass. Mit Eisenbeschlag. Die sehen auch noch richtig neu aus, oder? Ja, die sind auch noch neu. Und die Eisenbeschlag ist, damit das schön klackt. Das ist ja voll geil. Danke, Max. Vielen Dank. Okay, danke. Ja, das ist ein ziemlich cooles Gastgeschenk. Wieder hier bei uns auf Stube vom Wachbataillon diesmal. Schuhe, ja. Tja, Robert, den Karabiner musst du aber wieder abgeben, hat Max gesagt. Ein paar Sekunden darf ich noch damit exerzieren, hat Max gesagt. Okay, ein paar Sekunden darfst du ihn noch halten. Wenn ihr noch weiterhin coole Themen habt für uns, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020